Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Pinkerton. Der Pinkerton ist ein schöner Short-Drink für den herben Geschmack. Für ein Glas werden folgende Zutaten benötigt. 4cl Wodka, 2cl Campari, 1cl frisch gepresster Zitronensaft, Scheibe Zitrone, Eiswürfel. Folgende Utensilien werden benötigt. Shaker, Strähner, Tumbler, kurzer Trinkhalm. Zubereitung Eiswürfel in einen Shaker geben. Wodka, Campari und Zitronensaft dazugeben. Alles schön shaken. In einen gekühlten Tumbler mit frischen Eiswürfeln abseihen. Mit einer Zitronenscheibe garnieren. Mit einem kurzen Trinkhalm servieren. Als Beilagen eignen sich Crackers, Erdnüsse, Kartoffelchips oder Salzstangen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!